Textfolien lassen sich mit wenigen Handgriffen in SmartArts umwandeln. Los geht's mit Nummer 1, einer Liste mit Haupt- und Unterpunkten. Klicken Sie irgendwo in den Text und dann im Register Start auf dieses Symbol. Die Liste enthält nur eine kleine Auswahl an SmartArts. Für eine Vorschau zeigen Sie auf ein Exemplar. Zum Zuweisen klicken Sie es an und PowerPoint konvertiert den Text in das gewählte Schaubild. Ein zweites Beispiel, in dem Text wenig erfolgreich eine hierarchische Struktur beschreibt. Also, wieder in den Text klicken und dann auf das Konvertierungssymbol. Eine Variante wäre dabei, mal sehen, lieber noch ein wenig stöbern. Ist das gewünschte SmartArt nicht in der Auswahlliste, wählen Sie weitere SmartArt-Grafiken. In der passenden Kategorie machen Sie sich auf die Suche nach einem Wunschkandidaten und doppelklicken schließlich Ihren Favoriten. Fertig. Oder doch noch nicht? Andere Variante des Schaubildes gefällig? Kein Problem. Werfen Sie einen Blick in diese Liste. Zum Abschluss noch ein Beispiel für einen Zyklus. Klick in den Text, klick auf das Konvertierungssymbol, weitere SmartArt-Grafiken, Kategorie Zyklus und Doppelklick auf die gewünschte Variante. Kategorie Zyklus Untertitelung des ZDF, 2020